Hallo, ich bin's, die Larina. Ich suche heute das perfekte Cocktail-Card-Hippel-Center. Also, komm jetzt! So, jetzt habe ich das perfekte Cocktail. Es fehlen noch Schuhe. So, jetzt habe ich das perfekte Cocktail. Ich habe ein Prüset, ich werde komplett fertig gefunden, das ist echt ein Prüset. Ich habe den Patio auch wirklich gut und gut. Komm auch du ins Frühcenter und hol dir dein perfektes Ausblick.